6 Sieger auf Gold Ne, was Gold kann doch nicht sein, muss das nicht aus Bronze sein? Eigentlich schon Hä, haben die das jetzt geändert? Da war doch gerade Gold Aber eigentlich nur gerecht, weil dass man da ewig abschümmeln muss in Bronze und Silber macht halt auch keinen Sinn Weil das kriegt man sowieso bei dem Level, was man ist Mist Hab ich Oh, ne Fuck Oh, das kipps doch nicht schon wieder Kack hier Oh Ich hab nix mehr Nice Der Lotusblütenmann regelt Achso, ups Hä? Wollt auch gerade dran kommen Ich hab grad nicht in die Guck, wer wo ist Muss ich zugehen Das ist gut jetzt Was ist das denn? Oh, nö Ich hab mich irritiert Er wurde gerade sagen Gut irritiert Ja, manchmal ist auch besser Hauptsache hoch springen Ja, manchmal hilft das wirklich Ja, ist wirklich Auch wenn du weißt, du kriegst nicht Oh, nö Oh, nö 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 Kannste Ich hab n Ah, nö Ist egal Hab ich Hab ich nicht War ja Quatsch Ja Erstmal nach vorn bröschen Die Scheiße Ich habe auch hier Das ist aber Bis zum nächsten Mal Ich habe Was wir Ja Ich habe Ja Ja Spann Ich habe Ich habe die Ich habe Warum der sich nicht nach Platz positioniert? War total dumm. Nein, zu langsam. Nein, zu langsam. Schön. 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 Hab ich? Hab ich. Oh, fuck. Oh. 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 Oh ja. Unglückes. Oh oh. Mist. Oh nö. Ach kacke man. Ja kacke man. Wow. Ja nochmal wow. Ich nehm. Oh fuck. Kein boost mehr. Geht nicht anders. Ah Mist. Schade. Scheiße. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ich schon wieder Scheiße. Bin ich ein fucking Noob alter. Unfassbar Jungs. Unfassbar. Ah, schön, dass ihr da warst. Ich bin immer für dich da. Ich bin immer für dich da. Ich auch. Nein! Hab ich. Schön. Hab ich. Ja, wenn er. Hab ich. Nein! Ja! Das war nice. Boah, da hätte ich auch an dem seiner Stelle Rage-Critty gemacht. Geil! Das war schön. Läuft endlich gar nicht mal so scheiße, oder? Jetzt hast du es gesagt. Perfekt. Ne, ist ja doch Bronze. Hab mich verguckt. Aber wir hatten noch 10 Torschüsse, ey. Ja, ich hab zwei davon daneben gesetzt, ne? Das offene Tor. In der einen Szene allein schon. Passiert. Ne. Ne, komm. Ja. Wie oft ich das auch schon hingekriegt hab. Nein, wenn ich. Okay. Okay. Ja, genau. Bullshit. Hat für eine gute Mulde schon wieder. Was passiert hier gerade? Was? Was ist das? Was ist das? Schön. Schön. Nochmal schön. Nochmal schön. Danke. Nochmal schön? Nee. Nee. Warum nicht? Oh Gott. Oh fuck. Aber ein bisschen zu optimistisch. Oh fuck. Ich hab keine Kontrollier. Ja, ich merk's grad. Springst da gerade lustig rum im Tor. Schon wieder. Was ist mit deinem Controller los? Nein. Nein. Oh, der Glück, ey. Was passiert hier? Hör mal auf jetzt hier. Es reicht jetzt. Mit dem Schwachsinn. Schön. Oh, bin kaputt. Hm. Ich K.O. kaputt. Meine Nerven sind kaputt. Oh, oh, jetzt knallt's. Guck. Ah, fucking schön. ich bin gleich weg ist aber der macht mich der idiot war das nicht älter voll vorbeigefahren am vor da passen na ja was ist das denn ihr mensch ich krieg kein boost ey es ist ein ganz komisches match ja wie üblich ja mega jetzt spielt sogar im gegner team also die betten ich glaube da sollte mal jemand rüber gucken nicht doch mal reporten nicht mann jetzt zieht sich hier noch hier vor ey oh fuck also nervenkündig nicht da war gerade Ich bin total bescheuert, Alter. Ich bin total bescheuert, das Match. Guck mal, ich weiß nicht. Als ob. Passt. Passt eigentlich. Hui. Da ist es nicht. Nein. Ist das Auto doch nicht die Lübe? Nicht mal das geht. Und zack. Nein. Eigentlich getrickst. Franzosen, na gerne. Ja, wir haben sie ja verkackt gegen Franzosen. Ist nicht gut. Gleich wieder runter, toll. Gleich wieder runter, toll. Tschüss. Tschüss. Tschüss.